Die werden definitiv keine Leichten sein. Die sind definitiv steinig und schwer. Nerven nicht. Ich will dann doch setzen, blöde Kuh. Ja, das ist jetzt deine Schuld. Brenn du nicht so blöd. Na komm schon. Ach, hier ist schon das Ende. Dann haben wir das ja schon fertig. Kommt uns hier auch nicht mehr so schnell rein. Ja, mach ich's gut. Ist okay? Okay? Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. So, jetzt müssen wir eben noch die Außenteile hier weghauen. Das dient ja dazu, dass hier niemand mehr reinkommt. Und ja, das findet man auf jeden Fall nicht. Das ist total verschollen und wird überhaupt nicht gesehen und so. Ja, ja. Kenn ich doch, kenn ich doch. So, kommt hier auch noch mal... Hm, ja, kommt hier auch noch mal einer rein. Muss ich ein bisschen Bone mir holen. Hm, irgendwie hab ich Lust hier so ein komisches Eingangsgedöns zu machen. Muss ich dann sagen, hier, 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 hier und hier ist ein Eingang. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt müssten wir rein theoretisch ein paar Schilder craften. Ja, ja, ich weiß, ich mach meine Arbeit gut. Ich krieg dafür ja total viel Geld, weil ich ja YouTube, also nicht YouTube Partner bin. 16 hab ich schon, ähm, ach, kommt da noch ein bisschen was rein. Ja, in der nächsten Version werden auch Schilder stackbar sein. Ja, also, komm, Attacke. Schild. Noch ein Schild. Ja, jetzt müsste ich... Eigentlich hätte ich mich vorher vorbereiten müssen, aber ich dachte nicht, dass ich dann, dass ich vorher noch irgendwas machen könnte, aber egal. Also gut, ähm, hier ruht Slim der Erste. Folge 6, meine ich, war das. Kann ich... Nee, davor kann ich kein... Ach, ich wollte das eigentlich mit den Treppchen versuchen. Ha. Mist, das hab ich mir den ganzen Gag weggenommen. Hopp. Also, und ist hier oben drauf. Hier. Äh, und... Slim der Erste. Folge 6. Einen Creeper zu... Verdammt, das ist zu, passt da nicht drauf. Zu kuscheln... Ist nicht... Schlau. Ich meine, wir sind dann noch einmal gestorben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wann. Ich meine, das war jetzt, wie wir vom Schiff runtergefallen sind. Kann das sein? Ich meine aber, danach sind wir erst... So, hier ruht... Hier ruht... Slin der Dritte. Der Dritte. Der Dritte? Folge... Folge... Das war eigentlich mit 115 oder so. Folge 115. Creeper kann man immer noch nicht kuscheln. Danach war das nächste... Da weiß ich die Folge auch... Nee, Folge 115 war das nicht. Das war irgendwas in einer Einschlägen. Hier kommt Folge 115, glaube ich. Hier ruht... Slim... Der Vierte. Folge 115. Der Boden... Ist leider... Ach, verdammt. Nee, jetzt muss mir da irgendwas Taffes zu einfallen. Irgendeinen tollen Reim. Ach, genau. Ist der... Finger... Oben... Schlägt... Mann... Ach, Mann. Mann auf... den... Boden. So. Haben wir die ersten Sachen schon befüllt? Ich mache noch ein paar weitere Schilder. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Ja, super. Reicht genug für zwei Schilder. Oder drei. Für... Ach, nee. Ich lasse es bei zwei Schildern, denn dann können wir nämlich noch eine Sache beschriften. So. Hier ruht... Slim... Der Zweite. Ja, Folge. Folge, Folge. Folgt mir. Äh... 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 Wann war das denn? Egal, das lasse ich mal aus. Folge X. Und was war da? Ach, ich weiß es nicht. So, hier könnte... Mist. Ihre... Werbung stehen... So, ich weiß leider nicht mehr, welche Folgen das war. Ich werde das mal gucken und dann... Ja, neue machen... Ja, neue machen. Naja, hiermit werden wir dann so langsam die Grabsteine befüllen und ich merke, ich darf nur noch dreimal sterben. Egal, haben wir hier noch erweitert... Können wir hier das Ganze noch erweitern. Fackeln möchte ich hier keine aufstellen. Das soll ja ein alter Friedhof werden. Und ich muss noch ein Bohnmier holen. Es sei denn, wir begegnen jetzt ein paar Skeletten, die uns das Bohnmier holen abnehmen. Sprung, Sprung, Sprung... Ja, Citizen Nancy Jackson, RPE Wars Null, Position, Blablabla, Get To... Ach, die soll sich irgendwo hin teleportieren, die ist zu blöd dazu. Ähm, ja. Ich bin gerade überlegen, ich wollte Knochen holen. Habe ich Knochen vielleicht auch hier oben? Hoffen wir doch einfach mal... Ja, haben wir total viele Knochen hier oben. Und haben wir noch mehr Knochen hier oben? Hui, haben wir hier viele Knochen oben. Da hinten ist eine Spinne, ein Spinne. Ach ja, da kommen auch mal solche Fanatiker, solche Rechtschreib-Fanatiker auf YouTube. So. Die immer meinen, ja, es heißt doch Demod, weil es ja auch Demodifikation heißt. Ja, es kommt aber allerdings vom Sprachgebrauch her auf das an, was einem besser gefällt. Zumindest in der gesprochenen Sprache. Weil sowieso die Mod ist umgangssprachlich, also Mod ist sowieso umgangssprachlich, weil man dann immer Modifikation sagen würde. Und umgangssprachlich ist es egal, was man da für Artikel benutzt. Hauptsache, es erschließt einem erstens sich den Sinn. Und zweitens... Das Schaf ist ziemlich komisch, weil das Schnee frisst. Nein, ich muss mich eben an der Nase kratzen. Wo sind denn hier die verdammten Skelette? Und zweitens ist das dann abhängig vom, ja, vom Empfinden des Benutzers. Wenn ich jetzt sagen würde, die Mod, fände ich das persönlich scheiße. Das klingt für mich einfach blöd. Ja. Das klingt einfach nicht. Der Mod klingt für mich sehr viel besser. Deswegen sage ich immer der Mod. Spinni, komm her, genau. Peng. Peng. Du hast Weizen kaputt gemacht. Sieht ja hier auch noch wieder toll aus. Ist bald wieder voll gewachsen. Ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wie lange ich aufnehme. Es dürfte aber knapp eine Stunde sein. Das heißt, es wären sechs Folgen. Bianca ist immer noch da. Ich wollte schlafen, oder nicht? Wollte ich schlafen? Eigentlich ja schon. Und ich wollte Knochen holen. Ich habe da Knochen. So. Frohlich. Kann ich hier mal eben ein bisschen Weizen wegbringen, weil wir auch noch kein Weizen haben. Zack. Und unsere Samenbank können wir auffrischen. Ach, dann kann ich hier generell mal so ein bisschen Kappes wegschmeißen. Leber. Glubschauge. Das ist mir voll nicht an, Glubschaugen austiert. Leider. Bedingungen. Also. Bedingungen.